So, jetzt gibt es natürlich auch Dateien, ja. Es gibt Dateien und Ordner und im Endeffekt haben wir hier bisher mit dem Ordner gearbeitet. Wir haben hier aber natürlich auch noch einen Haufen Katzenbilder drin und wollen selbstverständlich auch diese Katzenbilder irgendwie in Händen halten, ja. Und deswegen sagen wir hier, okay, ab sofort arbeiten wir mit einer Datei. Und das machen wir ganz einfach, indem wir hier einfach die Datei hinten dran hängen. Also mal ganz kurz nochmal, wie hieß die Datei? cat.0.jpg. cat.0.jpg. So, übrigens der Datensatz ist auf Kaggle komplett verfügbar, den könnt ihr euch auch mal runterladen und einfach damit experimentieren, wenn ihr das wollt. So, jetzt haben wir hier natürlich eine wunderbare Datei in der Hand. Ja, wir können immer noch durch das Directory durchlaufen, beziehungsweise durch den Pfad durchlaufen. Wir sehen hier, der Dateinamen ist quasi das letzte hier drin. Das heißt, wenn wir das hier aufteilen, können wir auch einfach das letzte Element hier irgendwo zwischenspeichern und haben dann zum Beispiel den Dateipfad. Aber es gibt natürlich noch sehr, sehr viel mehr hier drin. Aber wenn wir zum Beispiel nicht wissen, ob wir hier gerade irgendwie eine Datei in Händen halten oder einen Directory, können wir das natürlich auch überprüfen. Und das heißt, iffs. Und ja, jetzt können wir hier quasi sagen, was das genau ist. Übrigens, wir können natürlich auch Directories erstellen, wenn wir das wollen, können Dateien kopieren. Ich mache hier nur einen groben Rundumschlag, was es alles gibt. Ja, ihr könnt selber hier mal nachgucken. Also, wir können hier überprüfen, ob es ein Directory ist. Wenn es kein Directory ist, wird es höchstwahrscheinlich eine Datei sein oder ein Link sein. Also, wir können nach einer Datei überprüfen, wir können Simlink überprüfen, Socket überprüfen, all diese anderen Sachen. Und aber gibt es natürlich auch. Wir können Sachen entfernen, wir können den absoluten Pfad rausfinden, wir können Sachen kopieren, wir können Simlinks kopieren, wir können Simlinks erstellen, Hardlinks erstellen, aktuelle Pfade auslesen und so weiter und so fort. Also, es gibt quasi alles, was man braucht, ja. Wir wollen jetzt hier allerdings noch eine Sache machen. Und zwar wollen wir erstmal überprüfen, ob es ein Directory ist. Hier kommt natürlich der Pfad rein, so. Und ja, übrigens natürlich, ihr könnt auch, wenn das Ding zum Beispiel eine Datei ist, sagen wir jetzt einfach mal, das ist eine Datei, ist File, ist Regular File, ist Regular File P. Dann könnte ich hier natürlich auch auf der Datei verschiedene Optionen ausführen, also P, Doppelpunkt, Doppelpunkt, äh, Quatsch, P, Punkt, ähm, File Name können wir machen, Has File Name, Remove File Name, Replace File Name, also wir können sie umbenennen, wir können sie verschieben, selbstverständlich, wir können sie kopieren, wir können was hinten dran fügen und so weiter und so fort. Also, wir haben hier sehr, sehr viele Sachen zur Auswahl, das will ich jetzt aber gar nicht genauer weiter zeigen, das könnt ihr selber machen, wir können auch auf die File Size zum Beispiel zugreifen. Ähm, das sollte ich vielleicht noch kurz zeigen, weil das geht ein bisschen anders, fs, Doppelpunkt, File Size, und dann können wir hier tatsächlich ein P eingeben, also der Pfad, den wir abklären wollen. Und jetzt gibt es hier tatsächlich noch ein Problem, was auftreten kann, zum Beispiel, wenn die File Size, ähm, nicht gültig ist, das heißt, ähm, if, äh, achso, ja, ich sollte vielleicht die File Size irgendwo einspeichern, äh, Size ist gleich, ich kann nicht fs nehmen, weil fs ist schon belegt, ne? Also, die Size, ähm, ist, wenn die Size ungleich, ähm, Static Cast brauchen wir hier einen, einen Uint, Max Bodenstrich T, das ist quasi die größte Datei, ja, und das muss minus 1 sein. Also, wie wir quasi sagen hier, okay, ähm, wenn, wenn die Size minus 1 ist, dann haben wir, ähm, haben wir es kaputt gemacht. So, ähm, aber, ähm, ja, natürlich, im besten Falle ist die Size nicht kaputt, ähm, und ja, wenn sie nicht kaputt ist, dann landen wir hier in dem if, dann können wir, ne, dann geben wir nicht Return, können, dann begeben wir einfach die Dateigröße aus, und zwar mit Size so, okay, und ja, so können wir quasi uns Dateigrößen ausgeben lassen, es gibt sehr, sehr viel, wie gesagt, hier sind es 12, ähm, 1441, äh, 414, Entschuldigung, und unsere tatsächliche Dateigröße sind 12,4 Kilobyte, das heißt, wir wissen ganz genau, okay, das ist offensichtlich in Byte angegeben, ja, das heißt, wenn wir hier die Kilobyte wollen, äh, dann müssen wir natürlich hier durch 1024 machen, dann haben wir es in Kilobyte, so, ähm, gehen wir das aus, haben wir es in Kilobyte, und, ja, wir können natürlich auch die Size erstmal in den Doublecasten, und dann das Ganze in Kilobyte umrechnen, und so weiter und so fort. Also, ihr habt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten hier mit Dateien zu arbeiten, das ist das, was ich euch sagen wollte, was aber vielleicht relevanter ist, und deswegen lasse ich das jetzt hier mal wieder raus, oder ich, äh, mache hier tatsächlich ein Kommentar draus, damit ihr es nachher noch zur Verfügung habt, ist natürlich, und das ist der häufigste Anwendungsfall, würde ich behaupten, was, wenn ihr eigentlich durch ein Verzeichnis durchlaufen wollt, und dort alle Dateien anzeigen lassen wollt, ja, das ist so ziemlich das, was wir am häufigsten machen, und hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wenn wir hier durchlaufen, also sagen wir mal, wir sind in diesem Train-Ordner drin, ja, dann haben wir zum Beispiel im Ordner oben drüber noch weitere Ordner, okay, das heißt, wir haben zum Beispiel mehrere Unterordner, ich werde jetzt hier mal einen neuen Ordner erstellen, und sage Cat 0, und da packe ich nur die Katze 0 rein, okay, das heißt, wir haben hier noch einen Ordner mit, sonst wird es ein bisschen viel, glaube ich, ähm, mit p durchgleich, ups, durchgleich, äh, Train, Cat 0, so, und ja, jetzt haben wir hier quasi einen Ordner, wo nur ein Bild drin ist, von einer Katze, das können wir also folgendermaßen verwenden, wir gehen hier, lasst uns noch ein paar Bilder mehr rein machen, lasst uns, lasst uns so, ein paar Bilder rein machen, und dann bauen wir hier unten drunter noch einen Ordner, weil ich euch noch was zeigen möchte, ähm, dann haben wir jetzt hier drei, so, das heißt, im Ordner Cat 0, ja, also damit wir nicht alle, das sind wirklich sehr viele Bilder hier, deswegen will ich nicht den Ordner nehmen, ähm, und in diesem Ordner sind vier Bilder, im Ordner Cat 1 ist, sind drei Bilder nochmal, im Ordner Cat 2, den wir anlegen, da ist nur eine Katze drin, nämlich die Cat 3, so, das heißt, wir haben hier drei Bilder, hier drei Bilder und hier ein Bild drin, okay, merkt euch das ganz kurz, wenn wir jetzt diesen Ordner hier durchlesen wollen, dann haben wir zwei Möglichkeiten, wir können den Directory-Iterator nehmen und wir können den Recursive-Directory-Iterator nehmen, so, der Directory-Iterator, der ist jetzt tatsächlich der Iterator für das Verzeichnis, in dem wir uns gerade befinden, das sieht dann so aus, im besten Fall überprüfen wir fs.exists und was auch noch gelten muss, ist, es muss natürlich ein Directory sein, ja, und hier muss natürlich der Pfad auch eingetragen werden, so, das heißt, es muss existieren und es muss ein Directory sein, ansonsten können wir keine Dateien aufschreiben, sozusagen, oder auflisten, weil, ja, das stürzt mir ab, natürlich, und dann sagen wir, wir iterieren, wie gesagt, mit dem Directory-Iterator da einmal durch, das heißt, wir sagen hier const auto, ähm, und entry, und wir gehen jetzt durch den fs.directory-Iterator durch, so, und natürlich hier geben wir auch wieder den Pfad ein, so, und jetzt bekommen wir hier drin, ähm, weißt du, was wir nennen, das einfach nur ein Name, wir bekommen hier drin die Datei mit dem Namen entry.path.filename, also dadurch haben wir quasi hier einmal den Pfad ausgelesen und hängen, äh, und gehen von diesem Pfad, kriegen wir im Endeffekt den Dateinamen raus. So, das haben wir ja oben schon bei der Datei kennengelernt, damit können wir quasi den Dateinamen auslesen. Und das ist jetzt wunderbar, jetzt können wir hier alles Mögliche machen, was wir wollen, zum Beispiel können wir hier eben auch see out, und, äh, ja, jetzt gehen wir einfach mal den Namen aus, so, und jetzt sagen wir hier endline, okay, was wird jetzt hier ausgegeben, was denkt ihr? Einmal kurz nachdenken, mich vielleicht pausieren, jetzt sehen wir es auch schon, jetzt sehen wir hier nämlich cat0, also das ist quasi der Ort, an dem wir sind, das ist das letzte, was hier oben ausgegeben wurde von, äh, von meinem Pfad, weil ich hier den ganzen Pfad ausgegeben habe, und wir sehen hier cat4.jpg, cat11.jpg, cat10.jpg, das sind genau die, äh, drei, die hier noch drin sind, und was wir auch sehen, sind cat2 und cat1. So, und cat2 und cat1 sind jetzt allerdings Ordner, das heißt, es sind keine Dateinamen im Endeffekt, sondern es sind wirklich die Ordnernamen. Jetzt können wir aber trotzdem hier mit den Dateinamen einfach arbeiten, indem wir überprüfen, ob vielleicht das Ende auf jpg endet, ähm, weil dann kriegen wir quasi alle jpg-Bilder raus, oder wir nehmen einfach alles, so, im Endeffekt, so funktioniert auch die Suche, ja, und, ähm, genau. Jetzt wollen wir aber vielleicht alle Ordner aufgelistet bekommen, und zwar einmal vielleicht den Ordner cat2 noch, cat1, und den Ordner cat0 wollen wir natürlich auch noch haben, also wir wollen quasi alles einmal aufgelistet haben, was in diesen Unterordnern drin ist, und dazu benutzt man den Recursive Directory Iterator. So, der Recursive Directory Iterator, ich zeige es mal ganz kurz, macht folgendes, bam, bam, wir haben hier offensichtlich cat0, also da in diesem Ordner sind wir drin, dann kriegen wir die drei Bilder hier, dann gehen wir in Ordner cat2, kriegen dort ein Bild, und dann gehen wir in Ordner cat1, der Ordner cat1 und cat2 wird trotzdem ausgegeben, und kriegen hier dann jeweils noch die anderen Bilder. So, so bekommt ihr dann alle Unterordner mit allen Dateien, die drin sind auch, und ja, natürlich könnt ihr hier filtern, ähm, und nur die irgendwie in einen Vektor einfügen, also zum Beispiel nur die Dateien in einen Vektor einfügen, und dann einfach hier bitte auf .jpg zum Beispiel filtern, oder einfach dann isFile oder isDirectory benutzen, um rauszufiltern, ob es eine Datei oder ein Verzeichnis ist, und dann eben nur das in den Vektor wieder einfügen, und damit dann weiterarbeiten. So könnt ihr mit Dateien sehr, sehr viel machen. So, es gibt jetzt natürlich noch sehr viel mehr, wie zum Beispiel Berechtigungen, die ihr übrigens über fs.doppelpunkt.perms bekommt, fs.doppelpunkt.perms, oder permissions, ähm, hier permissions eigentlich, da drüber könnt ihr permissions bearbeiten, ihr könnt die Zeit auslesen, wann irgendwas erstellt wurde, oder wann es das letzte Mal bearbeitet wurde, all die Dinge, die ihr eben im Explorer auch machen könnt, könnt ihr natürlich auch über C++ machen. Ihr könnt auch Berechtigungen bearbeiten, wenn eure Anwendung natürlich die Berechtigung dazu hat, und so weiter und so fort. All das will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, ich glaube, hiermit habt ihr so ziemlich das Wichtigste, was ihr auch am meisten brauchen werdet, und, ähm, ja, falls ihr natürlich noch Fragen habt, könnt ihr mir die jederzeit stellen, und dann gibt's vielleicht dann noch ein Nachreichvideo sozusagen dazu. Gut, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.